Die Hightech-Strategie Industrie 4.0 verfolgt die immer stärkere Verknüpfung von Produktions- und Informationstechnologie. Sie soll unser Leben und Arbeiten einfacher und unkomplizierter machen. Ein Thema, mit dem sich der Verband der Elektrotechnik auf der Hannover Messe 2014 intensiv beschäftigt. Besucher des VDE-Messestands können dabei schon mal einen Ausblick in die Zukunft der Industrie erhaschen. Sie sehen ja, dahinter mir ist ein Roboter, hohe Industrietechnik. Aber wir wollen hier zeigen, dass die Industrietechnik sich natürlich weiterentwickelt. Und zwar zu dem Industrie 4.0, was bedeutet, dass die Technik sich auch mit der Kommunikationstechnik verbindet. Ist diese Verbindung abgeschlossen und das Prinzip der Industrie 4.0 auf eine ganze Stadt übertragen, spricht man von einer Smart City. Eine Smart City bietet ihren Bewohnern viele Vorteile. Zum Beispiel in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Die schlauen Städte sind daher wichtiges Kernthema des Trendreports 2014 des VDE. Doch wie genau sieht solch eine Stadt der Zukunft eigentlich aus? Smart heißt intelligent, heißt vernetzt. Smart heißt nah am Menschen, heißt für den Menschen mit guter Nutzbarkeit. Im Grunde könnte man sagen, die smarte Stadt der Zukunft ist so die Stadt, die mit dem Smartphone benutzt, bedient, organisiert und Menschen sich in ihr bewegen können. Das ist für mich smart und das ist eine große neue Vision. Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, müssen Technik und Mensch präzise zusammenarbeiten. Der VDE steht mit seinem Prüfsiegel dafür. Die präzisen Vermessungen und Materialbelastungstests auf dem Stand sind Ausdruck für diesen Anspruch. Ja, wir haben spezielle Ecke aufgebaut, wo man auch mal das Prüfinstitut etwas mehr live erleben kann. Denn das Prüf- und Zertifizierungsinstitut, wie Sie wissen, prüft die Elektroprodukte auf Sicherheit, Performance, Gebrauchstaatlichkeit, Energieeffizienz und vieles, vieles mehr. Und hier haben wir zwei Messstände aufgebaut, um einfach den Bezugern auch mal ein Gefühl zu geben, was für eine Prüftätigkeit im Institut gemacht wird. Denn schließlich hängt der Erfolg einer smarten Stadt von einer sicher funktionierenden Technik ab. Der Weg zur smarten Welt von morgen ist noch ein langer. Der VDE ist bereit, seinen Beitrag dazu zu leisten.